Fensky Handling Systems präsentiert das Neige- und Umfüllgerät NEE 510 mit elektrohydraulischem Antrieb und einer Schüttenweite von 400 mm. Die kompakten und funktionalen Umfüllgeräte Typ NEE erfüllen unterschiedlichste Anforderungen, indem Schüttgut mit einem Neigungswinkel von maximal 135 Grad stufenlos geneigt und umgefüllt wird. Das ermöglicht einen sicheren Arbeitsprozess und eine gesteigerte Produktivität. NEE-Geräte sind optional mit elektrisch verriegelbaren Flügeltüren oder Lichtschranken sowie als stationäre oder mobile Ausführung lieferbar. Fensky Handling Systems – universeller Einsatz, beste Ergonomie.